Die Studie Polestar Precept soll 2024 als Polestar 5 in Serie gehen. Was man zur Reichweite, dem Preis und den ersten technischen Daten wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglied werden. Und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Ob das Serienmodell, das den Namen Polestar 5 trägt und 2024 Marktstart feiert, das mutige Design des Polestar Precept behalten darf? Antwort gibt nicht nur die YouTube-Serie Precept from Concept to Car der Volvo-Tochter, in der die Marke die Wandlung der Precept-Studie in das Serienmodell begleitet, sondern auch das erste Prototyp-Foto, das der Hersteller anlässlich seiner Präsenz beim Goodwood Festival of Speed im Juni 2022 veröffentlicht hat. Tatsächlich möchten die Designer nah am Entwurf bleiben, der sich optisch von den bekannten Modellen 1 und 2 abhebt, die sich noch recht stark am Design der Muttermarke Volvo orientieren. Die Lichtsignatur Thor's Hammer ist beim Precept neu interpretiert und zweigeteilt ausgeführt. Der charakteristische, stilisierte Kühlergrill entfällt, hier findet eine Leiste mit Sensoren und Kameras Platz, die Polestar Smart Zone nennt. Entgegen dem Trend, derartige Technik unsichtbar zu machen, beschriftet Polestar die einzelnen Elemente sogar. Besonders markant fällt die Fronthaube aus, die über einen integrierten Flügel verfügt, der den Luftstrom besonders effizient um das Auto lenken soll. Kameras, die die Außenspiegel ersetzen, verbessern die ausgefeilte Aerodynamik zusätzlich. Auf dem Glasdach sitzt ein sogenannter LiDAR-Pod, Light Detection and Ranging, der die Assistenzsysteme mit präzisen Daten zur Umgebung versorgt, zum Beispiel für autonomes Fahren. Die Platzverhältnisse im Innenraum des Polestar 5 sollen trotz eleganter Silhouette und großem Akku im Unterboden großzügig ausfallen. 3,1 Metern Radstand sei Dank. Das Interieur der zugehörigen Studie zeichnet sich zudem durch viele Elemente aus Recycling-Materialien aus. So werden die Sitzflächen aus recycelten PET-Flaschen im 3D-Verfahren gestrickt, während Polster und Kopfstützen aus recyceltem Kork-Vinyl bestehen. Für die Teppiche verwendet man recycelte Fischernetze, Innenverkleidungen und Rückenlehnen werden aus Flax-Verbundstoff von B-Comp gefertigt. Letzterer soll sogar eine Gewichtsersparnis von bis zu 50% gegenüber herkömmlichen Materialien bringen. Das Cockpit wird von zwei Bildschirmen dominiert, die durch einen leuchtenden Rahmen verbunden sind. Die Instrumente werden auf einem 12,5 Zoll Display dargestellt. Das neue Infotainment-System der Marke, das in enger Zusammenarbeit mit Google entwickelt wurde, wird über den zentralen 15 Zoll Touchscreen des Polestar Precept bedient. Dank Eye-Tracking-Technologie sollen die Bildschirme sogar auch mit Blicken gesteuert werden können. Im Rahmen der Präsentation des Polestar 5 auf dem Goodwood Festival of Speed 2022 nennt man erste technische Daten bzw. Zielwerte. So soll die Leistung über 650 kW oder 884 PS betragen, während man beim Drehmoment mehr als 900 Newtonmeter anpeilt. Die hohe Leistung resultiert aus einem neuen Heckmotor samt 800 Volt Architektur, der als Dual-Motor im Verbund mit einem E-Motor an der Front die anvisierte Leistung liefern soll. Der Antrieb wird federführend in Schweden entwickelt, während Polestar UK sich um das neue Verbund Aluminium-Chassis kümmert. Inwieweit es das Gewicht drücken kann, wird spätestens das Serienmodell Polestar 5 zeigen. Da es sich beim Polestar Precept, wie wir ihn bislang kennen, um eine Studie handelt, zeigt er auch spannende Details, die so kaum beim späteren Serienmodell Polestar 5 umgesetzt werden dürften. Dazu zählt zum Beispiel das Markenemblem, das holographisch in einem schwedischen Kristall schwebt, der zwischen den hinteren Kopfstützen sitzt. Selbiges gilt auch für den Preis, denn da hält sich Polestar noch bedeckt. Aber was denkt ihr? Gefällt euch die neue elektrische Limousine von Polestar? Mit welchem Preis dürfen wir rechnen? Schreibt mir eure Gedanken gern in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.